Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich hoffe, Sie können mich alle verstehen. Es sind ja jetzt doch sehr viele Leute gekommen. Und das ist richtig, die Situation... Können Sie mich verstehen? Die Situation in der Region ist tatsächlich sehr unruhig und schwer zu durchschauen. Es ist eine unglaublich komplexe Gemengelage. Und was wir hier in den Medien erfahren, ist leider nur ein Teil von dem, was dort tatsächlich geschieht. Wie Sie wissen, bin ich ja viel in Syrien. Ich war jetzt zum Jahreswechsel, ich bin Mitte Januar zurückgekommen. Und habe also auch den Beginn eigentlich der neuen Auseinandersetzung um die östlichen Vororte von Damaskus miterlebt. Das ist ja sehr eskaliert. Und als ich jetzt überlegt habe, wie ich hier heute Abend sprechen soll, fiel mir etwas ein, was ein Bekannter zu mir in Aleppo gesagt hat. Er hat gesagt, du hast eigentlich überhaupt keine Chance mit deiner Berichterstattung. Das ist ja wie ein Tsunami, der dir da entgegenkommt und du bist nur so ein kleiner Tropfen, der irgendwie etwas berichten kann. Du hast eigentlich gar keine Chance. Und ich habe geschluckt und dann sagt er, aber du musst es tun. Es gibt gar keine Alternative. Du musst weiter berichten und weil du die Einzige bist, die eben halt hier auch die ganzen Jahre über gewesen ist. Du hast viel Information. Das ist auch deine Aufgabe. Insofern will ich das heute Abend versuchen. Ich werde nicht so lange reden, weil ich auch meine Stimme noch ein bisschen angeschlagen ist von einer Erkältung. Umso mehr Möglichkeiten haben wir aber auch zu diskutieren und Sie haben sicherlich auch Fragen, auf die ich dann auch konkret eingehen kann. Wir haben ja als Thema für diesen Vortrag die aktuelle Lage in Syrien, Akteure, Interessen, Perspektiven. Wie ausgewählte Darstellung in Medien und Politik das Bild von Syrien in Deutschland prägt. Und das ist natürlich etwas, womit ich ständig konfrontiert bin. Ich gehe jetzt nur mal ein paar Tage zurück. Wir hatten ja am Freitag ein Telefonat zwischen Frau Merkel und dem US-Präsidenten Donald Trump. Und natürlich denke ich, dass Sie vermutlich über die Ankündigung von den USA gesprochen haben, Handelsbeschränkungen einzuführen. Aber was in den Medien bekannt wurde und als Presseerklärung vom Bundespresse- und Informationsamt der Bundesregierung veröffentlicht wurde, war, dass beide sich darin einig sind in ihrer Kritik an Putin, dass er nämlich den Krieg in Syrien unterstützt. Und dass Russland und Iran die Verantwortung haben, auf das syrische, auf das Assad-Regime, das ist jetzt Zitat aus der Erklärung, auf das Assad-Regime einzuwirken, dass eben halt der Krieg dort in der östlichen Chota, also die östlichen Vororte von Damaskus, eingestellt wird, dass keinesfalls Giftgas eingesetzt wird, das würde eben schwere Konsequenzen haben. Und das Assad-Regime sei verantwortlich für die humanitäre Katastrophe und die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung in Syrien. Diese Meldung folgte, nachdem Frau Merkel ja im Bundestag auch eine Rede gehalten hat, da ging es eigentlich um eine EU-Ratssitzung in Brüssel, aber sie hat es zum Anlass genommen auch, also nur wenige Tage vorher, darüber zu sprechen, dass Assad eben in Syrien ein Massaker an der eigenen Bevölkerung verübt und dass das unbedingt aufhören müsse. Und auch sie hat wieder von Chemiewaffeneinsatz gesprochen, natürlich auch nur von der syrischen Regierungsseite. Diese Meldungen, wenn die von sozusagen der politisch obersten Position hier in Deutschland verbreitet werden, werden die natürlich sofort aufgenommen von den großen und von den Leitmedien, werden überall verbreitet, finden sich auch als Agenturmeldungen, selbst in Zeitungen wie der Jungen Welt oder wie auch immer. Und das ist natürlich das, was die Sichtweise auf Syrien im Allgemeinen in der Bevölkerung bestimmt. Das heißt, es wird überhaupt nicht geredet, dafür ist Merkel ja im Bundestag dann kritisiert worden, über die völkerrechtswidrige Invasion der Türkei in Nordsyrien. Allerdings ist die Türkei nicht nur nach Afrin eingedrungen, sondern sie hat im Jahre 2016 bereits ein großes Stück syrischen Landes besetzt, nördlich von Aleppo, zwischen Assas und Jarabulus und Al-Bab. Das ist nicht gegenwärtig in unserer Berichterstattung die Rolle der Türkei, die ja auch die ganzen Jahre über Kämpfer des Islamischen Staates, der Nusra-Front und so weiter in Syrien unterstützt hat und ihnen ermöglicht hat, aus der Türkei ins Land zu kommen. Alles das spielt in diesen öffentlichen Erklärungen keine Rolle, auch nicht. Die völkerrechtswidrige Besetzung Syriens durch die US-Streitkräfte. Östlich des Euphrates haben die USA mittlerweile 20 Militärstützpunkte errichtet, in einem Gebiet unter Kontrolle der syrischen Kurden. Aber de facto handelt es sich dort natürlich um eine Besatzung der US-Streitkräfte. Auch das wird überhaupt nicht thematisiert. Die Angriffe der sogenannten Anti-IS-Koalition auf die syrische Regierungsarmee in Derresor oder auf ihre Verbündeten, die ja nach dem Völkerrecht eine legitime und legale Kooperation eingegangen sind, auch das wird nicht thematisiert. Nichts über die islamistischen Kampfverbände in den östlichen Vororten von Damaskus, in der Chota. Da wird bei uns in den Medien immer nur von 400.000 Zivilisten gesprochen, die dort eingeschlossen seien und den Bomben des Assad-Regimes ausgesetzt. Also es wird nichts darüber berichtet oder sehr wenig, dass diese Gruppierungen einmal, wer diese Gruppierungen eigentlich sind, was die wollen, was die da machen, ob die Zahlen von 400.000 Zivilisten tatsächlich real ist. Und es wird kaum berichtet auch, dass diese Gruppierungen täglich eigentlich eine Vielzahl, Dutzende, manchmal über 100 Granaten und Raketen nach Damaskus hineinschießen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich also besonders jetzt im Winter, aber auch Ende letzten Jahres, also im Oktober, November fast täglich mitbekommen habe. Also, dass in der Altstadt von Damaskus, da wo viele Freunde von mir wohnen, also wirklich in der Nachbarschaft, im Nebenhaus geht so eine schlichte Granate ein, tötet jemanden, der da im Bett liegt oder der gerade in der Küche abgewaschen hat. Also über diese Dinge wird nicht berichtet. Das heißt, dass unsere Medien sich orientieren an den Dingen, die eben halt von Regierungsseite oder politisch verbreitet werden. Und das bestimmt, und das merken Sie wahrscheinlich auch, ich merke das überdeutlich, das bestimmt so sehr die Sichtweise und den Blick auf Syrien, dass ich sagen muss, also Freunde, die ich mal hatte, sind nicht mehr meine Freunde, weil sie sagen, du bist ja die Stimme des Regimes, du berichtest ja nur das einseitig und das und das und das nimmst du alles überhaupt nicht wahr. Also es ist tatsächlich so, dass die letzten sieben, acht Jahre das öffentliche Bild von Syrien meines Erachtens nach enorm verzerrt haben. Ich finde es insofern auch sehr bedauerlich, dass der Altersdurchschnitt hier heute Abend eher höher liegt, denn die jungen Leute, das haben Sie vielleicht auch gesehen, gestern gab es ja eine große Demonstration hier in Berlin von vielleicht 20.000 Leuten, die kurdische Nachrichtenagentur AFN hat darüber berichtet und da waren natürlich sehr viele junge Leute, denn der Kampf der Kurden zieht an und auch das, muss ich sagen, ist leider nur ein Teilaspekt, wenn man auf Syrien schaut. Der Aufruf hier zu dieser Demonstration hatte am Ende auch, glaube ich, fünf oder sechs Forderungen. Eine Forderung davon war zum Beispiel die Anerkennung, also die Bundesregierung wird aufgefordert und die EU, glaube ich, sogar auch, die Demokratische Föderation Nordsyrien, das ist dieses Gebiet, was hier auch bekannt ist als Rojava, anzuerkennen und zu unterstützen mit Entwicklungshilfe und so weiter, wie das dann aussehen mag im Einzelnen, sei dahingestellt. Damit fordert man natürlich die Bundesregierung auf, eine Abspaltung innerhalb eines souveränen Staates zu unterstützen. Die syrischen Kurden sagen zwar selber immer, dass sie sich nicht von Syrien abspalten wollen, sondern dass sie innerhalb Syriens eben halt diese Demokratische Föderation bilden wollen, mit Selbstverwaltung, mit eigener Außenvertretung. Sie haben ja eine Regierung eingerichtet, mit Innenministerium und Kulturministerium und Außenministerin. Also das ist eigentlich ja schon eine eigene politische Struktur. Aber was man im Einzelnen in diesem Gebiet eigentlich vorfindet, also die Details der Bevölkerung, die dort lebt, wie sie dort leben, wie das Leben früher gewesen ist und so weiter, das findet sich nicht wieder in dieser Beschreibung auch der kurdischen Bewegung selber oder auch ihrer Unterstützer. Und ich finde, auch das ist eine interessensgeleitete Informationspolitik, die betrieben wird, genauso wie die Regierung bestimmte Interessen vertritt in ihrer Berichterstattung über Syrien. So tun das auch die syrischen Kurden und diejenigen, die sie unterstützen. Also zu sagen, Frieden für Afrin, das war das Motto der gestrigen Demonstration, dann frage ich mich, was ist denn eigentlich mit Frieden für Syrien? Und insofern, es ist natürlich richtig, Frieden für Afrin zu fordern, aber es ist eben halt ein ausgewählter Aspekt und es geht um das ganze Land Syrien, es geht de facto auch um die gesamte Region. Denn wir haben bis heute keinen Frieden im Irak, wir haben bis heute keinen Frieden für die Palästinenser in dem Konflikt mit Israel. Es gibt nicht wirklich einen Frieden zwischen Libanon oder im Libanon oder zwischen Libanon und Israel. Also die ganze Region ist außerordentlich instabil und mit dieser Instabilität wird eben auch Politik gemacht. Diese interessensgeleitete Darstellung von dem Geschehen in Syrien, ob es nun von der kurdischen Seite kommt, ob es von der Regierungsseite kommt, wie immer die Medien das weitertragen, verhindert meiner Ansicht nach eine wirkliche Aufklärung und damit natürlich auch ein wirkliches Verständnis von dem Konflikt. Was sind die Hintergründe? Wer sind die Akteure? Denn diese Teilansichten ergeben nicht das komplette Bild. Und um das komplette Bild wirklich zu verstehen, muss man sich sehr viel mehr Zeit nehmen, muss man sehr viel genauer hingucken und darf man nicht nur eine Sichtweise darstellen. Die Sichtweise der syrischen Regierung und ihrer Unterstützer wie Iran oder Russland oder Hezbollah wird bei uns eigentlich diffamiert, negativ dargestellt. Und für mich ist das ein ganz deutliches Anzeichen dafür, dass wir in einer Zeit leben, wo es darum geht, um Gut und Böse, Schwarz und Weiß, Freund und Feind. Das ist also etwas, was eher dem kalten Krieg gleichkommt, als der Realität. Und insofern war es jetzt ein Glücksfall, muss ich sagen, dass vor kurzem ein Artikel erschienen ist in einer libanesischen Tageszeitung. Das ist hier freundlicherweise kopiert worden. Ich gebe das mal nach beiden Seiten rum. Ich weiß nicht, ob genügend Exemplare vorhanden sind. Und zwar basiert dieser Artikel auf einem Protokoll von einer Sitzung im Januar diesen Jahres in Washington. Der Titel ist des Originaltextes, der ist der Titel Washington an seine Verbündeten. Lasst uns Syrien aufteilen. Und ich möchte kurz darauf eingehen, weil in diesem Protokoll sehr viele Details nachzulesen sind, so wie Al-Akhbar das berichtet hat, denen dieses Protokoll zugespielt wurde, was sich die USA eigentlich vorstellt in Syrien, was sie da machen wollen und wie ihre Verbündeten oder auch die Gruppierungen, die in Syrien vor Ort sind, damit eingebunden werden sollen. Das Treffen war im Januar. In Washington haben die USA teilgenommen. Die USA, Großbritannien, Frankreich, übrigens drei Veto-Mächte im Sicherheitsrat, Jordanien, neuerdings Gastland für die Bundeswehr und Saudi-Arabien, einer der größten Empfänger europäischer und auch deutscher Waffenlieferungen und, wie wir ja gelernt haben, ebenso wie Jordanien, früher jedenfalls ein Stabilitätsanker in der Region. Früher war Saudi-Arabien der Stabilitätsanker in der Region, nach mit den Worten von Herrn Steinmeier, der damals noch Außenminister war, und Frau Merkel. Heute ist Jordanien der Stabilitätsanker in der Region. Das sind die Verbündeten Deutschlands auch. Ja, Deutschland war an diesem Treffen in Washington nicht dabei, soll aber perspektivisch in diese Syrien-Gruppe, die die USA gegründet hat, einbezogen werden. Und der Artikel, Sie können ihn sich später in Ruhe durchlesen, basiert praktisch auf diesem Protokoll. Es geht darum, dass die USA ihre Pläne für Syrien kundgetan haben und ihre Verbündeten praktisch auffordern, dass sie sie dabei unterstützen sollen. Es geht darum, dass das US-Militär wird in Syrien bleiben. Auf Weiteres bekommt er für ein jährliches Budget von 4 Milliarden US-Dollar vom Weißen Haus gebilligt. Die Aufgabe ist, erstens dafür zu sorgen, dass der IS nicht wieder sein Haupt erhebt, der ja eigentlich geschlagen ist. Damit er nicht wiederkommen kann, bleiben die Amerikaner mit ihren Truppen dort. Zweitens sollen sie dafür sorgen, dass der Iran seinen Einfluss nicht weiter ausweiten kann in der Region. Und drittens sollen sie dafür sorgen, dass die syrische Bevölkerung in dem Gebiet, das von den USA und ihren Verbündeten kontrolliert wird, nämlich östlich des Euphrat, die Gebiete unter Kontrolle der syrischen Kurden, dass die syrische Bevölkerung, die dort lebt, die Möglichkeit erhält, sich selber zu stärken und zu bilden, um perspektivisch eine neue Politik für Syrien zu gestalten. Das geschieht militärisch. Durch die Aufstellung einer Grenzschutztruppe, 30.000 Männer, vermutlich auch Frauen, bei den Kurden sind ja viele Frauen auch unter Waffen. und zudem sollen sie eben mit Hilfe von Experten auch ausgebildet werden in guter Regierungsführung. Sie sollen eigene Regierungsstrukturen aufbauen können. Es sind ja bereits verschiedene Räte, lokale Verwaltungsräte aufgebaut worden. Und so soll sozusagen eine eigene Gesellschaft in diesem Gebiet entstehen, östlich des Euphrat, und dieses Gebiet soll den Namen Ostroter bekommen, so wie vielleicht Berlin-Brandenburg oder so. Also ich glaube, vielleicht ist der Vergleich der Hinkt. Also es soll Ostroter heißen. Und dieses Gebiet soll in Zukunft vertreten sein bei politischen Verhandlungen in Genf. Mit einer eigenen Delegation, um sozusagen mit der Delegation der bereits vorhandenen syrischen Opposition, die ja unterstützt wird, auch von westlichen Staaten und von Saudi-Arabien, die Regierungsdelegation sozusagen in die Zange zu nehmen. Und also dadurch auch in ihrem Handeln zu behindern, zu blockieren. Das ist also ein ganz klares Modell, sehr detailliert. Es werden, ich kann jetzt hier mal nur einige Punkte nennen, es soll zum Beispiel diese Aufteilung Syriens entlang des Euphrats, soll mit Unterstützung der Vereinten Nationen umgesetzt werden. Die Vereinten Nationen, so geht es also aus diesem Text hervor, sollen also eingebunden werden in diesen Planen. Insbesondere der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, der ja die Gespräche in Genf leitet. Er soll also speziell von dieser kleinen Syrien-Gruppe, also vor allen Dingen in erster Linie USA, Großbritannien und Frankreich, Veto-Mächte im Sicherheitsrat, ich sage es nochmal, befähigt werden. Man will ihn dabei unterstützen, dass er eben halt diese Syrien-Gespräche neu in Schwung bringt, um dann eben halt nach den Vorstellungen der USA die syrische Regierungsseite mit Forderungen zu konfrontieren. Es geht aus dem Protokoll auch hervor, dass man, dass diese Gruppierung, und das ist schon bereits geschehen von Seiten der USA, eigene Vorschläge macht, wie die zukünftige syrische Verfassung aussehen soll, was in die Verfassung aufgenommen werden soll, wie die Wahlen ablaufen sollen. Und man will es so gestalten, dass in Zukunft ein Prozess, ein politischer Prozess in Gang gesetzt wird, der ausschließt von vornherein, dass Assad, der jetzige Präsident, dessen Amtszeit noch bis 2021 läuft, überhaupt eine Rolle dort spielen kann. Also mit anderen Worten, und das wird in diesem Artikel auch so wiedergegeben, es geht weiterhin darum, Syrien zu teilen, um oder bis Assad weg ist. Und dann soll eben halt eine neue politische Struktur dort entstehen, in der Region, meines Erachtens nach, soll die Teilung beibehalten werden. Die Offenheit, mit der in diesem Protokoll darüber gesprochen wird, wie man diese Region neu gestalten will, ist wirklich frappierend. Also ich meine, man kann sich ja viel vorstellen, wer vielleicht mal das Buch Die 40 Tage des Musa Dach gelesen hat, wo es um die Vernichtung der Armenier geht, im Ersten Weltkrieg. Das ist ja ein Roman, aber er gibt eine wahre Begebenheit wieder und da werden ja immer solche Kapitel eingeschoben, wo praktisch die Gespräche der Mächtigen wiedergegeben werden. Wie offen sie eigentlich mit Regionen, mit Ländern, mit den Ressourcen eines Landes umgehen, ohne dass die Öffentlichkeit es erfahren soll, also und ohne natürlich, dass die Menschen, um die es geht, überhaupt eine Stimme haben sollen da drin. Für uns finde ich besonders interessant, hier in Deutschland, dass die Bundesregierung Teil dieses Plans werden soll, also Teil dieser Gruppe werden soll und meines Erachtens nach auch schon lange in diese Ideen einbezogen ist. Das geht aus dem Artikel auch hervor, dass die USA bereits vorher in den letzten Monaten ihre Verbündeten informiert hat und dass ihr Ziel im Augenblick erstmal ist, dafür zu sorgen, dass eben halt diese syrische Regierung völlig delegitimiert wird, also dass sie überhaupt keine Rolle so de facto mehr spielen soll. Man will sie aushebeln, auf jeden Fall. Aber um das eben umzusetzen, muss man auch diejenigen aushebeln, die diese Regierung unterstützen. Und das wiederum ist in erster Linie Russland. Und das geht auch aus diesem Artikel hervor, dass man sich darüber unterhalten hat, wie man eben halt Druck auf Russland ausüben kann, damit Russland Druck auf Damaskus ausübt, um das zu tun, was die USA wollen. Und da sich ja Russland vor einer Präsidentschaftswahl befindet, sagte also der US-amerikanische Vertreter auch ganz offen, wir werden diese Zeit bis zu den Wahlen dazu nutzen, um zu unseren Gunsten Druck auf Putin auszuüben, auf Herrn Putin. Man werde die Stimmung innerhalb der russischen Gesellschaft anheizen, diejenigen, die gegen diesen Krieg oder die gegen Assad sind. Man werde über den UN-Sicherheitsrat Druck auf Russland ausüben und eben halt mediale Kampagnen starten, um Russland anzudrangern. Sehen Sie, da schließt sich für mich der Kreis. Das, was wir in unseren Medien hören, die Äußerungen von Frau Merkel in den letzten Tagen und Wochen, immer wieder die syrische Regierung, das Assad-Regime anzugreifen und mehr noch, Russland dafür verantwortlich zu machen, was dort geschieht, ist meines Erachtens Teil dieses Clans. Das ist abgestimmt. Also Großbritannien, das verantwortlich war, ein Mitarbeiter der britischen Botschaft in Washington hat das Protokoll verfasst und er hat extra noch darunter geschrieben, dass man eben halt wirklich dafür Sorge tragen muss, wie man diese mediale Stimmung anheizt und man hatte damit ja auch schon Erfahrung gemacht, nämlich mit den Vorwürfen gegen Russland, dass sie die syrische Armee bei ihren Angriffen auf die Zivilbevölkerung unterstützen, ja, das wird behauptet, das wird so gesagt und dass man eben die humanitäre Lage skandalisiert, nicht, weil man den Menschen helfen will, sondern weil man Druck auf Russland ausübt. Und wenn Sie sich erinnern an die Berichterstattung über die Sitzung im UN-Sicherheitsrat, ob es nun eine Resolution für den Waffenstillstand geben soll oder nicht, da war ja bei uns in den Medien immer die Sprachregelung Russland blockiert, Russland will diesen Waffenstillstand nicht, Sie wollen diese Resolution nicht. Man hat in den geringsten Fällen mal gehört, man musste richtig danach suchen, um mal zu erfahren, was ist denn eigentlich der Punkt von Russland, warum wollen Sie das nicht, was ist Ihre Position, dass Sie einen Gegenentwurf vorgelegt haben, wurde auch nicht berichtet und dass zum Beispiel der russische UN-Botschafter wiederholt gesagt hat, man kann nicht einfach einen Waffenstillstand verfügen, wenn die bewaffneten Kräfte vor Ort es nicht wollen. Man muss einen Waffenstillstand immer vor Ort aushandeln und Russland hat darin in Syrien meines Erachtens nach sehr viel Erfahrung gesammelt, sie haben sehr, sehr viel getan, in den vergangenen Jahren, sie haben zwar einerseits natürlich militärisch Syrien unterstützt, aber sie haben parallel dazu immer das Gespräch versucht zu vermitteln zwischen den Kampfverbänden und der syrischen Seite, um eben halt lokale Waffenstillstände und die Abgabe von Waffen zu erreichen. Mehr als 2500 lokale Waffenstillstände gibt es in Syrien. Das kommt hier nicht vor in den Medien. Ich habe mal bei einer Veranstaltung über die Versöhnungskomitees gesprochen, über diese wirklich anstrengende Kleinarbeit, die von Versöhnungskomitees vorgenommen wird, die versuchen, zwischen den bewaffneten Akteuren hin und her zu gehen, um sie dazu zu bringen, aufzuhören. Da hat mir jemand auf der Veranstaltung gesagt, Sie lügen, das haben Sie sich ausgedacht. Ich habe das noch nie in unseren Medien gelesen oder gehört. Aber das ist etwas, das gibt es seit 2011. Von Anfang an gab es immer diesen Versuch. Und wie gesagt, Russland hat zu dieser Entwicklung der vielen Waffenstillstände, dass tausende von Kämpfern, syrischen Kämpfern, ihre Waffen niedergelegt haben, einen ganz großen Anteil. Und dieser Anteil wird nicht gewürdigt in unseren Medien. Er wird noch nicht mal berichtet. Insofern, denke ich, ist es eine wirklich sehr gefährliche Zeit, in der wir sind. Und eine interessensgeleitete Öffentlichkeitspolitik, wie ich sie beschrieben habe jetzt auch und wie sie leider von den meisten Medien auch übernommen wird und verbreitet wird, ist einer der gefährlichsten Punkte dabei. Wenn ich mir überlege, wie vor sieben Jahren dieser Konflikt begann, viele Leute wussten sehr wenig über Syrien und man hat also in diesen ganzen Jahren auch wirklich nicht viel darüber erfahren können, wie sich das entwickelt hat. Und wenn ich mir das heute ansehe, mit was für einer Selbstverständlichkeit und auch wie breit bis weit in die Friedensbewegung hinein heute eigentlich auch gefordert wird, man solle militärisch, man solle den Waffenstillstand mit Gewalt erzwingen. Ja, also mit anderen Worten eine Invasion, eine militärische Intervention ist also bis weit in Gruppierungen der Friedensbewegung, der humanitären Hilfsorganisationen, auch der Linken und der Grünen, die ja in der Opposition hier im Land sind, angekommen. Also das, in diesen sieben Jahren ist sehr viel in unserer Gesellschaft geschehen, was das betrifft. Die Deutschen waren, die deutsche Gesellschaft hatte immer ein ganz, die Friedensbewegung hier hatte einen besonderen Stellenwert und man hat Deutschland auch immer gesagt, okay, ihr habt eine starke Friedensbewegung, ihr habt viele Jahre Krieg hinter euch, gehabt im letzten Jahrhundert, ihr müsst nicht unbedingt militärisch euch engagieren, aber diese Zeit ist vorbei. Ja, schon lange. Und ich glaube, dass die Gefährlichkeit dieser Entwicklung hier bei uns in Deutschland nicht wirklich verstanden wird. Ein Aspekt möchte ich zum Schluss noch sagen und wir können ja über die anderen Dinge dann diskutieren. Etwas, was ich sehr bedenklich finde und diese Entwicklung ist fast nicht zu diskutieren hier in Deutschland, das ist, wie weit die zivil-militärische Zusammenarbeit in dieser Kriegsregion von Irak und Syrien vorangeschritten ist. Wir haben also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das Außenministerium und das Verteidigungsministerium geben Unsummen von Geld aus für Irak und Syrien, vieles unter der Prämisse, dass man Flüchtlingen hilft. Das, finde ich, muss unbedingt hinterfragt werden. Diese Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern um Syrien herum werden ja auf Dauer dort gehalten. Es ist eine ganz gefährliche Entwicklung, wenn man mit Hilfsorganisationen, mit Projekten, Schulprojekten und so weiter ein Leben als Flüchtling in Flüchtlingslagern stabilisiert. Die Palästinenser können davon ein langes Lied singen. Hier sind Flüchtlinge seit 70 Jahren. In den Flüchtlingslagern im Irak waren sie, in Syrien waren sie, im Libanon leben sie unter schwierigen Bedingungen und sie konnten bis heute in ihrer Heimat nicht zurückkehren. Nach den Palästinensern haben wir die irakischen Flüchtlinge in der Region. Vielleicht schon vergessen, die Kriege im Irak, die Invasion völkerrechtswidrig 2003 hat Millionen von Irakern vertrieben. Auch viele von ihnen sind entweder im Irak selber, wo ja immer noch Krieg herrscht, als Inlandsvertriebene in Lagern oder sie leben unter schwierigen Bedingungen in Jordanien oder tatsächlich bis heute auch noch in Syrien. Und dann haben wir die vielen Millionen syrischen Flüchtlinge, die in Lagern im Irak, in der Türkei, im Libanon, in innenoffiziellen Lagern und in Jordanien in zwei riesigen Lagern untergebracht sind. Und die Bundesregierung, die westliche Welt mit den Vereinten Nationen geben Unmengen von Geld dafür aus, dass dort Strukturen geschaffen werden, in denen die Menschen unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen weiter gehalten werden. Anstatt dass man sich dafür einsetzt, dass eine Friedenslösung gesucht wird und gefunden wird mit Syrien, damit diese Menschen wieder zurückkehren wollen. Und viele Hilfsorganisationen von uns, Flüchtlingsorganisationen, sind ja engagiert in diesen Flüchtlingslagern und hinterfragen ihre Arbeit auch nicht mehr. Es ist ja de facto eine zivile Konfliktlösungsstrategie, dass man eben halt Flüchtlinge mitbetreut, damit sie erst mal aus Kriegsgebieten in Sicherheit gebracht werden. Aber das BMZ hat ein Projekt, wo Hilfsorganisationen zusammen mit der Privatwirtschaft diesen Wirtschaftsfaktor nutzen sollen. Es gibt so einen Werbefilm, da kann man drin sehen, wie eben halt gezeigt wird, dass man auf der einen Seite dieses Problem der Flüchtlinge hat und das wächst und wächst und wächst. Es wird immer mehr, die Flüchtlingszahlen gehen immer weiter in die Höhe und dann hat man ja die privaten Unternehmen und die Hilfsorganisationen, die da zusammenarbeiten auf einem wachsenden Flüchtlingsmarkt, ich spitze das jetzt mal etwas zu, eine wirtschaftliche und arbeitsmäßige Perspektive zu haben. Diese Hilfsorganisationen bekommen natürlich, werden auch finanziell unterstützt vom Bundesministerium für Entwicklungspolitik, für entwicklungspolitische Zusammenarbeit und insofern ist es ja auch so, man denkt erst mal, es ist etwas Gutes, was man tut und sicherlich ist das in einer bestimmten Situation auch absolut erforderlich, dass man Menschen hilft, aber wenn so etwas über Jahre, Jahrzehnte, über Generationen hinläuft, dann dient diese Arbeit dazu, Flüchtlingssituationen zu verfestigen und es dient auch dazu, keine politischen Lösungen für diese Konflikte zu finden und das finde ich ist ein Aspekt, der auch noch viel zu wenig hier in Deutschland thematisiert und diskutiert wird, sicherlich auch, weil man nicht sehr viel darüber weiß, wie die Zusammenarbeit de facto läuft und wie es auch alternativ gehen könnte, denn die syrische Regierung hat sich an den Libanon gewandt und an Jordanien und hat gesagt, wir möchten gerne, dass die Menschen zurückkommen, wir wollen sie unterstützen dabei, aber wir brauchen auch eine finanzielle Unterstützung, denn unser Land ist arm. Nach dem Krieg, es war sowieso vorher ein Entwicklungsland und jetzt ist es noch eine noch schwierigere Situation, also die Rückkehr der Familien, die das wollen auf freiwilliger Basis, nicht, dass sie irgendwie gedrängt werden, brauchen natürlich auch eine Perspektive, Geld, Arbeit, eine finanzielle Unterstützung, dass sie wieder in ihre Dörfer und Ortschaften zurückkehren können und da gibt es schlicht eine Weigerung, weil man sagt, solange Bashar al-Assad Präsident ist in Syrien, wird es diese Unterstützung für Rückkehr, für wirtschaftliche Zusammenarbeit, für Entwicklung nicht geben. Also, ich habe jetzt nur einige Dinge kurz angerissen, es ist, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ein weites Feld, sehr komplex, ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Kopfschmerzen bereitet mit dem, was ich gesagt habe und dass wir jetzt vielleicht noch ein bisschen diskutieren. Vielen Dank.